Herzlich willkommen zum Steuerberater Crashkurs von Ebner Stolz. Mein Name ist Jennifer Roth und ich bin Steuerberaterin am Standort Karlsruhe. Die schriftliche Prüfung habt ihr gemeistert, nun befindet ihr euch auf der Zielgeraden. Zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung soll ich dieses Video hierbei unterstützen und euch einen Überblick über die wichtigen Themen des aktuellen Steuerrechts geben. Sofern ihr Fragen zu diesem Video oder zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findet ihr am Ende dieses Videos. Haltet durch und mobilisiert eure Kräfte. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. In diesem Video befassen wir uns mit den aktuellsten Themen des internationalen Steuerrechts. Wir beginnen mit der Neuregelung zu den Registerfällen. Die sogenannten Registerfälle entstehen immer dann, wenn zwei ausländische Gesellschaften eine Lizenzvereinbarung über ein Recht getroffen haben, das im Inland, also in Deutschland, registriert ist. Diese Einkünfte aus der Überlassung des Rechts unterliegen der beschränkten Steuerpflicht nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 des Einkommenssteuergesetzes. Eines weitergehenden oder zusätzlichen Inlandsbezugs bedarf es für die Anwendung der Norm nicht. Folglich hat der deutsche Fiskus das Recht, Quellensteuern auf die Lizenzzahlung zu erheben. In Bezug auf die Steueranmeldungs- bzw. Deklarationspflichten sieht das BMF-Schreiben vom 6. November 2020 Folgendes vor. Bei zeitlich befristeten Überlassungen ist der Vergütungsschuldner, also in unserem Fall die polnische Tochtergesellschaft, zum Quellensteuerabzug verpflichtet. Sie muss eine Steueranmeldung beim BZST vornehmen und die Quellensteuer entsprechend abführen. Weitlich unbefristete Überlassungen unterliegen keinem Steuerabzug, aber der Vergütungsgläubiger, also hier die US-amerikanische Muttergesellschaft, ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Laut dem BMF gibt es aber auch eine Vereinfachungsregelung, wonach in Ausnahmefällen von einem Steuerabzug abgesehen werden kann. Dies ist dann möglich, wenn für Vergütungen, die bis zum 30. Juni 2023 gezahlt werden, ein Freistellungsantrag bis zu eben diesem Datum beim BZST gestellt wurde. Aber Achtung, ein Freistellungsantrag ist jedoch mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand für Steuerpflichtige verbunden. Diese haben zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Antragstellung überhaupt erfüllt sind und müssen hierfür die entsprechenden Nachweise vorlegen können. Eine weitere Vereinfachungsregelung wurde, durch das Jahressteuergesetz 2022 geschaffen. Durch die Ergänzung des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe F und Nummer 6 des Einkommenssteuergesetzes wurde die beschränkte Steuerpflicht für sogenannte sonstige Rechte in bestimmten Fällen abgeschafft. Laut der Neuregelung fallen unter die sonstigen Rechte insbesondere Patent-, Marken- und Sonderrechte. Rechte an unbeweglichen Vermögen oder Schiffen unterliegen weiterhin unverändert der beschränkten Steuerpflicht. Was bedeutet dies nun für die künftige Besteuerung der Registerfälle? In Konzernfällen, also bei Vergütungen zwischen nahestehenden Personen, bleibt die Registerfallbesteuerung weiterhin bestehen, es sei denn, eine DBA-Regelung steht der Besteuerung entgegen. Hierbei sind jedoch die nationalen Vorgaben, wie beispielsweise die Vorschrift des § 50d Absatz 3 ESTG zu prüfen. Die Neuregelung ist erstmalig bei Zufluss von Vergütung oder Veräußerung nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden. Die beschränkte Steuerpflicht entfällt vollständig bei Vergütungen zwischen fremden Dritten. Die Neuregelung ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Dies hat zur Folge, dass die Registerfallbesteuerung für sogenannte Drittlizenzfälle rückwirkend abgeschafft wird. Abweichend hiervon besteht die beschränkte Steuerpflicht dauerhaft weiterhin, wenn der Vergütungsgläubiger in einer Steueroase ansässig ist. Diese Neuregelung gilt laut dem Steueroasenabwehrgesetz erstmals ab dem 1. Januar 2022. Bitte beachtet, die Neuregelung bezüglich der sonstigen Rechte gilt grundsätzlich nur für Registerfälle, das heißt für Fälle, in denen lediglich eine Registereintragung im Inland besteht. Werden sonstige Rechte im Inland, also in Deutschland, verwertet, unterliegt die Vergütung weiterhin der Besteuerung in Deutschland. Im zweiten Teil dieses Videos befassen wir uns mit den aktuellsten Entwicklungen in Bezug auf die grenzüberschreitende Softwareauftragsentwicklung. Mit Änderung des Urheberrechtsgesetzes zum 7. Juni 2021 wurde die Gesetzgebung im Zusammenhang mit Urheberrechten bei Software modifiziert. Die Änderung des Urheberrechtsgesetzes hat grundsätzlich auch Folgen für die Prüfung einer möglichen Steuerabzugsverpflichtung im Sinne des § 50a Einkommenssteuergesetz. Das BMF hat in seinem Schreiben vom 2. August 2022 hierzu Stellung bezogen. Achtung, die Änderungen durch das Urheberrechtsgesetz betreffen nur Computerprogramme. Bei der grenzüberschreitenden Auftragsentwicklung von Software werden regelmäßig Nutzungs- und Verwertungsrechte an einer Software überlassen, die durch einen ausländischen Auftragnehmer entwickelt wurden. Es stellt sich hierbei die Frage, ob der Auftraggeber im Inland zum Quellensteuerabzug verpflichtet ist. Entscheidend hierfür ist, ob die Softwareauftragsentwicklung als Rechteüberlassung oder aber als Rechtekauf zu qualifizieren ist, da der Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 3 ESTG nur die Nutzungsüberlassung erfasst. Eine Nutzungsüberlassung liegt dann vor, wenn die Überlassung des Rechts zeitlich begrenzt ist. Dies ist auch dann anzunehmen, wenn bei Abschluss des Vertrags ungewiss ist, ob und wann die Überlassung zur Nutzung endet. Dem gegenüber steht der wirtschaftliche Rechtekauf. Das Urheberrecht entsteht in aller Regel bei den Schöpfern des Werks und ist nach deutschem Recht grundsätzlich nicht übertragbar. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise kann eine Art Rechtekauf jedoch vorliegen, wenn zum einen der Urheber für die gewöhnliche Nutzungsdauer vollständig von der Fruchtziehung ausgeschlossen wird und zum anderen dem Auftraggeber umfassende exklusive zeitlich unbeschränkte sowie unwiderrufliche Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software eingeräumt werden. Wenn diese Voraussetzung kumulativ erfüllt, kann ein wirtschaftlicher Rechtekauf angenommen werden. Abschließend ist noch festzuhalten, dass aufgrund der Besonderheiten des Urheberrechts bei Software die Abgrenzungskriterien der Nutzungsüberlassung und des wirtschaftlichen Rechtekaufs nicht auf andere Schutzrechte und andere Urheberrechte übertragbar sind. Welche Konsequenzen ergeben sich nun in Bezug auf den Steuerabzug nach § 50a des Einkommenssteuergesetzes? Nutzungsvergütung für die zeitlich befristete Überlassung bzw. urheberrechtlich geschützte Rechte unterliegen, wenn sie an eine nicht im Inland ansässige, natürliche oder juristische Person bezahlt werden, dem Steuerabzug in Höhe von 15% zuzüglich Solidaritätszuschlag gemäß § 50a Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 EStG. Darüber hinaus sind die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 27. Oktober 2017 zu prüfen. In Fällen eines wirtschaftlichen Rechtekaufs besteht keine Steuerabzugsverpflichtung im Sinne des § 50a EStG, da es an einer zeitlich befristeten Überlassung fehlt. Sofern unter Berücksichtigung der beiden BMF-Schreiben von einer Quellensteuerabzugspflicht auszugehen ist oder aber Zweifel an der Beurteilung bestehen, sollte geprüft werden, ob im Rahmen eines Freistellungsverfahrens eine Entlastung vom Steuerabzug erreicht werden kann. Die Regelungen des BMF-Schreibens vom 2. August 2022 sind in allen offenen Fällen anzuwenden, bei denen der Abschluss des Vertrags zur Softwareauftragsentwicklung nach dem 6. Juni 2021 stattgefunden hat und auf Sachverhalte, die nach diesem Datum entstehen. Zudem ist das BMF-Schreiben aus Vereinfachungsgründen auch auf alle Zahlungen anzuwenden, die nach dem 6. Juni 2021 zufließen. Der letzte Teil dieses Videos befasst sich mit der aktuellsten BFH-Rechtsprechung bezüglich grenzüberschreitender Konzernfinanzierung. Ganz grundsätzlich gilt, um künstliche Gewinnverlagerungen ins Ausland durch Darlehensfinanzierungen eines international tätigen Konzerns zu vermeiden, müssen die Finanzierungskonditionen, wie beispielsweise der Zinssatz oder die Besicherung, dementsprechend, was auch zwischen fremden Dritten vereinbart worden wäre. Stichwort hier, Fremdvergleichsgrundsatz. Bevor wir uns die jüngste BFH-Rechtsprechung hierzu anschauen, nochmal ein kurzer Überblick über die zwei in diesem Zusammenhang wichtigsten Korrekturvorschriften. § 1 Absatz 1 Außensteuergesetz schreibt vor, dass es zur Berichtigung von Einkünften zwischen verbundenen Unternehmen kommen muss, sofern die internationalen Geschäftsbeziehungen zwischen diesen nahestehenden Personen so ausgestaltet sind, wie sie unter fremden Dritten nicht vereinbart worden wären. Durch die Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes soll somit vermieden werden, dass Einkünfte einer deutschen Gesellschaft ins Ausland verlagert werden. Neben § 1 AStG sind auch eine Reihe von Verwaltungsgrundsätzen anzuwenden. Die Grundsätze einer VGA sollten euch ja noch aus der schriftlichen Prüfung bekannt sein. Bitte beachtet hierbei, dass es auch zwischen nahestehenden Personen zu VGAs kommen kann. Beispielsweise, wenn eine Gesellschaft auf ein Darlehen verzichtet, welches sie einer Schwestergesellschaft ausgereicht hat. Man spricht in diesen Dreiecksfällen auch von einer sogenannten VGA im Dreieck. Der BFH hat mit seinem Urteil vom 27. November 2019 entschieden, dass eine VGA keinen Vorrang gegenüber der Korrekturvorschrift des § 1 AStG hat. Schauen wir uns nun das BFH-Urteil vom 13. Januar 2022 an. Zum Sachverhalt. Klägerin war eine deutsche GmbH, die ein Verrechnungskonto für ihre belgische Tochtergesellschaft führte. Der vereinbarte Zinssatz betrug 6% pro Jahr. Eine Besicherung wurde nicht vereinbart. In 2005 wurde ein Vertrag über einen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein abgeschlossen. Bei der Muttergesellschaft wurde dieser Forderungsverzicht Gewinnmindern als Teilwert AFA ausgebucht. Das Finanzamt hat die Gewinnminderung nach § 1 Absatz 1 AStG außerbilanziell wieder hinzugerechnet, mit der Begründung, dass die fehlende Besicherung des Darlehens nicht fremdüblich sei. Die Angemessenheit des vereinbarten Zinssatzes hat die BP nicht beanstandet. Der BFH entschied in diesem Fall wie folgt. Hinsichtlich der Fremdüblichkeit bestätigt er erneut, dass eine Nichtbesicherung durch den Konzernrückhalt nicht kompensiert werden kann. Des Weiteren führt er an, dass eine fehlende Besicherung zwar ein Indiz für die Fremdunüblichkeit sei, für sich gesehen ist sie aber keine Tatbestandsvoraussetzung. Es bedarf vielmehr im Einzelfall einer Würdigung aller gegebenen Umstände und es ist nachzuweisen, ob ein fremder Dritter ein Darlehen unter den gleichen Bedingungen gewährt hätte. Hier ist es erforderlich, einen Markt zu ermitteln, auf dem Darlehen mit den gegebenen Bedingungen auch vereinbart worden wären. Um dies nun festzustellen, verwies der BFH an das Finanzgericht zurück. Des Weiteren entschied der BFH, dass zur Feststellung, ob eine Korrektur der Teilward-AFA vorzunehmen ist, folgendes Prüfungsschema zur Anwendung kommt. Sofern der vereinbarte Zins für die fehlende Besicherung fremdüblich ist, ist eine Korrektur der Teilward-AFA ausgeschlossen. Ist der vereinbarte Zins zwar unüblich, aber es existiert ein Markt für unbesicherte Darlehen, hat die Zinskorrektur vor der Korrektur der Teilward-AFA Vorrang. Lediglich in Fällen, in denen kein Markt für unbesicherte Darlehen bestehen, kommt eine Korrektur der Teilward-AFA in Betracht. Wir sind am Ende des Videos zu den Updates aus dem internationalen Steuerrecht angelangt. Sofern ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wir von Ebner Stolz wünschen euch viel Erfolg bei der mündlichen Prüfung.